Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits. Wie in einem One for Million Part schon angekündigt, versuche ich es mal mit einer neuen Serie. Wie ihr oben links lesen könnt, heißt sie Spin for Win. Ja, ich spiele Spin and Ghost, die gehen wesentlich schneller. Ich habe mehr Möglichkeiten, das zu regeln, kriege davon häufiger Videos hin und auch damit kann man durchaus Geld verdienen. Ich werde das grundsätzlich so machen, dass ich immer zwei Tische gleichzeitig spiele und ich das Video so circa 20 Minuten laufen lasse immer. Das heißt, ihr könnt solche Videos immer in 20 Minuten Sessions angucken. Ich denke, das ist für euch auch einfacher, die anzugucken, komplett. Und hat auch wesentlich mehr Vorteile für das Zeitmanagement eurerseits und meinerseits. Und ja, wir hoffen, dass wir so dementsprechend auch so eine Bankroll bilden können. Ja, rechts habe ich auch schon das Bankrollmanagement aufgelistet. Dies habe ich ein bisschen im Vergleich zu One for Million umstrukturiert. Da ist hier, da man hier wesentlich mehr Buy-Ins braucht, da häufiger mal ein Negativ-Swing kommen kann, weil es halt Hyper-Turbo-Tische sind. Und da habe ich mir mit 150 Buy-In einen besseren Stack vorgeben lassen. Ich sehe gerade, ich habe mich da auch vertan. Ich habe überall noch 100 stehen. Das heißt, das passt natürlich alles gar nicht. Ich muss jetzt mal eben die Formeln alle anpassen. Das geht ganz schnell. Ich bin auch gleich schon fertig. Wir werden die Spin-and-Go-Serie mit den 25-Cent-Turnieren anfangen. Das ist das Niedrigste, was geht. Und steigen dann dementsprechend, wenn meine Formel jetzt richtig ist, bei 45 Dollar und 50 Cent auf. Auf die 1-Dollar-Turniere. Und ja, versuchen dann, dementsprechend mehr rauszuholen. Wie ihr seht, hat sich das alles jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Wir brauchen eine bessere Bankroll. Und werden das dementsprechend so fahren. So, das war mein Intro. Wir fangen dann mal an mit den ersten beiden Turnieren. Ich werde es jetzt noch 18 Minuten laufen lassen. Und ja, wir schauen mal, was daraus resultiert, wenn wir jetzt Spin-and-Go spielen. So, ich melde mich mal für zwei Tische an. Das geht jetzt hier wesentlich schneller. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt die Tables nicht enthalten. Warum auch immer. So, ihr müsstet jetzt das soweit sehen. Moment, so. Und wir wollen mal die Strategie. Also 4-2 ist ein Fold. Dame-7 werde ich mitgeben. Wir werden hier auf jeden Fall viele Hände spielen. Viel Raisin. Und werden deshalb auch viel Action haben. Ja, mit Top-Pair ist man bei Spin-and-Go häufig gut. Wir hatten jetzt am Anfang kein Glück beim Spin. Wir haben überall nur den Mindestgewinn bekommen. Ja, oben, also rechts werde ich ihm auf jeden Fall den Flasch geben. Lege Dame-7 hier sehr tight weg. Ich denke, dass wir da nicht die beste Hand haben. Beobachtet mich ruhig beim Spielen. Ja, die C-Bet ist Standard auf den Levels, da man häufig noch Chips mitnimmt. Ass-High werde ich auch hier nochmal kommen. Ja, Dame-3 ist ein einfacher Check. Ja, an die 20 werde ich in der Hoffnung, dass Ass-Hoch gut ist. Ja, und wir schauen mal, was so passiert. Dame-Hoch werde ich auch nochmal callen. Wir haben jetzt hier mit Ass-Hoch leider nicht gewonnen, weil einer ein 7er Paar hat. König-3 ist jetzt ein Fold. Aber Ass-Hoch ist teilweise dann trotzdem gut. Ja, Dame-7 werde ich auch hier wieder erhöhen. Dame-3 ist jetzt ein Fold. Ja, ich merke schon, die sind sehr aggressiv an den beiden Tischen. Ich würde nicht sagen, dass die einen Fehler machen. Aber ich kann mich da eigentlich auch drauf einstehen. Ja, König-Dame werde ich oben rechts jetzt callen. Und ihr seht, die sind aggressiv. Wir treffen beide unsere unterschiedliche Karte. Ja, das nenne ich mal Pech. Er macht im Weaver sein Set. Damit scheiden wir hier aus. Das war dementsprechend das erste Spin-and-Go. Und ja, wir öffnen dann mal ein neues. Und das läuft jetzt 20 Minuten so weiter. Und wir schauen mal, was so dabei rauskommt. Ja, 4-3 werde ich wieder raisen. 6-5 ebenfalls. Ja, 4-3 ist ein Call. Ich weiß nicht, warum er hier die Initiative übernimmt. Ja, 6-5 ist natürlich ein erneuter Waze. Ich werde hier jetzt mal setzen. Vielleicht glaubt er mir das Ass. Ja, 6-5 oben links ist auf jeden Fall ein Call mit 2-Pair. Hoffen jetzt, dass er sich nicht mehr trifft. Und wir gewinnen oben links. Ja, 4-3 ist jetzt ein Fold. Damit sind wir dann wohl nicht mehr gut. Und wir haben eine erste sehr schöne Hand. Ja, 2-2 oben links call ich gegen den, der nur noch 90 Chips hat. Mit einem weiteren Karo nehmen wir ihn vom Tisch. Tun dies nicht. Damit bleibt er noch im Geschehen. Macht nichts. Wir haben immer noch mehr als 500 Chips. Und spielen damit dementsprechend weiter. Ja, Könige werde ich natürlich durchwaisen. Die sind auf jeden Fall stark genug. Egal, was da jetzt in der Mitte kommt. Die Könige werde ich nicht weglegen. Ja, wir spielen gegen 2-Pair und verlieren wieder. Ja, was soll uns das sagen? Es läuft einfach nicht. Aber auch wenn wir jetzt einiges verlieren. Wir brauchen ja nur einmal das Glück haben, ein großes Turnier zu erwischen. Wo man 4 Geld gewinnen kann und holen dann eine schlechte Serie schnell wieder rein. Ja, das 4. Turnier ist damit dann auch gestartet. Wie ihr seht, ist das hier schnelle Action. Ich komme bei 2 Tischen teilweise nicht hinterher mit dem Kommentieren. Deswegen werden es auf jeden Fall niemals 3 sein. Oder wenn ihr mal 3 sehen wollt, kann ich das auch spielen. Dann werde ich aber nicht jede Hand kommentieren können. Weil das für mich dann einfach zu viel wird. Ja, ich kommentiere hier auch jetzt schon teilweise nicht jede Hand. Und ich denke, das ist trotzdem in Ordnung. Ja, Dame 3 ist hier ein Fold mit Bottenpair. Ich denke, dass er da häufig was Gutes hat. Und ich mir jetzt meine Chips nicht versauen will. Ja, Dame 10 werden wir chicken treffen. Wir treffen aktuell Flop. Ja, König Bube werde ich isolieren. Ich werde ihn jetzt all-in stellen. Ja, er trifft halt. Was soll man dazu sagen? Wir treffen aber auch und nehmen ihn von Tisch. Das war das erste Mal, dass wir jetzt Glück hatten. Ähm, ja. Und wir spielen einfach ganz normal weiter. Ich sage ja, wir brauchen hier ein größeres Polster, weil halt auch das Glück viel ausmacht bei diesen Turnieren. Ähm, ja. Wir werden Maschinen. Ja. Buben werde ich einmal noch callen. Schauen wir, darauf reagiert oder sie. Ja. Ich muss die Buben hier tight weglegen. Ich glaube nicht, dass ich hier die beste Hand noch habe. Bube 7 ist ein Check. Jetzt treffen wir Top-Pair. Da werden wir jetzt mal wieder setzen. Warum spielen die alle immer all-in? Ich glaube, der Bube ist wieder nicht gut. Äh, wir müssen hier leider häufiger tight folden. Ja, As-9 ist jetzt ein All-in. As-2 ist ein Check. Ja, das Glück ist einfach nicht auf unserer Seite. Wir verlieren wieder, melden uns dann für das fünfte Turnier an. Also, ich hoffe, euch gefällt diese Art von Serie. Ähm, ist auf jeden Fall viel Action. Ja, einfach kein Glück, dass bei Buben so ein Flop kommt. Äh, häufig trifft er und dann müssen wir es weglegen. Ja, ist total ärgerlich. Aber kann man gerade nicht ändern. Eine schlechte Phase scheine ich wohl erwischt zu haben. Und ja, wir gucken einfach mal. Wir machen das Beste raus und werden, denke ich, auch heute noch ins Plus rutschen. Ja, äh, Open-Ended-Straight-Tower werde ich auf jeden Fall durchbetten. Ach, da haben wir oben recht, äh, oben recht, sage ich schon. Ich bin noch in One-For-Million. Äh, rechts ist ein einfacher Fold hier. Ja, As-Dame werde ich natürlich C-betten. 3-7 schaue ich mir gerne in den Flop mit an. 4-7 werde ich jetzt weglegen. Das aufgeben. 8-7 erhöhen wir. Äh, versuchen den König zu repräsentieren. Er glaubt uns das nicht. Dann geben wir die Hand auch auf. 6-6 gucken wir uns gerne den Flop mit an. Treffen ein Gut-Shot. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Okay, er erhöht dann also auch mit Dame 5 zum Beispiel. Ist für uns gut zu wissen, dass er es auch mit nicht ganz so guten Händen macht. Ja, As-Dame suited ist auf jeden Fall gut genug. Müssen jetzt hoffen, dass keine 8 kommt. Dies ist der Fall und dann gewinnen wir auch mal wieder eine Hand. Ja, und rechts sieht es das erste Mal ganz gut aus, dass wir das Turnier gewinnen können. Ich hoffe doch, dass es wird passieren. Und ja, wir schauen mal. Ja, As-2 werde ich auf jeden Fall callen. Er hatte nicht mehr so viel. Auch wenn wir jetzt hier nicht gewinnen, wir opfern nicht so viele Chips. Also nur 90. Und das können wir eindeutig verkraften. Ja, König Bube ist für den All-In gut genug. 8 Bube. Ups, verklickt. 8 Bube nicht. Ja, 7-7 werde ich jetzt auch pushen. Er ist bei unter 10 Big Blinds. Und ja. Und dann schauen wir, dass wir jetzt das Spiel schnell beenden. Ja, König Bube werde ich wieder waisen, wenn er mich All-In pusht. Call ich es mit König Bube. Wir dominieren ihn. Es darf keine 9 kommen. Und dann sieht das auch ganz gut aus. Ja, wir gewinnen das erste Turnier. Beziehungsweise das erste Spin'n'Go und freuen uns drüber. Auf zu Spin'n'Go Nummer 6. Ja, hier die 130 werde ich jetzt noch reinlegen. Auch wenn ich nicht die beste Hand habe, aber von den Odds und Odds her rechnet sich das einfach. Wir gewinnen leider nicht, sind aber immer noch Chip-Leader am Tisch. Und versuchen das dann dementsprechend umzusetzen. Ja, also vom Spin'n' her haben wir heute kein Glück. Sind immer nur bei 50 Cent gewinnen. Und ja. Ist halt ärgerlich. Ja, treffen jetzt hier die 6. Oh, ich wollte eigentlich höher raisen. Das hat mich wieder verklickt. Ja, macht nichts. Schauen mal, was passiert. Ja, okay. Wir nehmen wieder Chips mit und bauen unseren Chip-Leader dadurch wieder aus. Und das ist schön zu sehen. Ja, mit 10, 6 und dem All-In werde ich jetzt auf jeden Fall aufgeben. Genau wie mit 10, 9 suited links. Und ja, das sind die beiden letzten Spin'n'Goes für diesen Part. Wir haben schon knapp 15 Minuten jetzt voll. Und ich denke, das reicht auf jeden Fall von der Länge her. Und ja. Ja, bei den Spin'n'Goes viele drogeige Situationen mitnehmen. Wir treffen hier ein Gutshot plus Flashtor. Das ist auf jeden Fall stark genug, um es zu callen. Und hoffen einfach... Jetzt haben wir einen Doppelgatter. Oh, ein Straight Flush. Da versuchen wir natürlich noch Geld in den Pot zu kriegen. Schaffen dies leider nicht. Macht nichts. Haben trotzdem die Chips mitgenommen. Und ja. Ja, ein Set. Da versuchen wir natürlich möglichst viele Chips jetzt schon reinzukriegen. Weil ja die Möglichkeit eines Flasches besteht. Und davor müssen wir uns jetzt schützen. Wenn er All-In geht, ist mir das auch recht. Dann nehme ich halt sofort die Chips mit. Ja, was er damit König 6 spielt, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Mir ist es recht. Wir gewinnen das zweite Spin'n'Go. Und ja. Warten dann jetzt einfach darauf, dass das letzte zu Ende ist. Ich unsere Excel-Tabelle ausfüllen kann. Wir haben sechs Spin'n'Goes gespielt. Heißt für uns ein Einsatz von 1,50 Dollar. Haben zwei bis jetzt gewonnen. Sollten wir auch das letzte noch gewinnen, wo es aktuell ganz gut für aussieht, hätten wir den ersten Part plus minus 0 beendet. Und das, obwohl es sehr schlecht für uns aussah zu Beginn. Da wir sehr viel verloren haben. Aber ich sage ja, bei Spin'n'Goes geht das alles sehr schnell. Und wenn wir jetzt hier noch ein höheres Turnier mal beigekriegt hätten. Zum Beispiel für einen Dollar. Sieht die Sache auch wieder ganz anders aus. Ja, Ass-Dame ist auf jeden Fall ein Call. Ja, die spielen sehr viele Hände, wie ihr seht. Mit 8,9 finde ich das total überflüssig. Auch wenn er jetzt hier gewinnt, er kriegt noch viel, viele bessere Situationen. Ass-5 werde ich ihm wieder all instellen. Ich vermute einfach, dass ich häufig die beste Hand habe mit dem Ass hoch. Und wir haben ja gesehen, dass er das mit 8,9 macht. Und da ist Ass-5 dann auch gegen stark genug. Ja, selbe Spiel mit Dame-10. Ass-9 werde ich erhöhen. Sollte er mich pushen, werde ich es callen. Dame-Bube werde ich ihm wieder all instellen. Oder er macht es selber. Hoffen jetzt, dass wir treffen. Tun dies nicht. Und jetzt ist er Chip-Leader. Aber das soll uns nicht einschüchtern. Das Spiel ist schnell, kann sich auch schnell wieder drehen. Und darauf hoffen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe jetzt, dass er all instellt. Die 7er würde ich gerne im All-In gegen ihn haben. Ja, funktioniert leider nicht. Dann spielen wir normal weiter. Ja, 8,9. Ich werde nicht so spielen wie er und 8,9 callen. Das ist nicht meine Spielweise. Ich mache das lieber mit Händen, wo ich sehr wahrscheinlich mitgewinnen werde. Ja, wir treffen jetzt die 8. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier die beste Hand haben. Werde es dementsprechend setzen. Und wir nehmen auch so die Chips schon mit. Ja, König Dame-Suited. Spiel ich gerne. Jetzt sind wir wieder Chip-Leader. Auch wenn es nur knapp ist. Und treffen hier den Buben. Ja, rennen jetzt leider gegen Dame. Machen unser Top, äh, machen Two-Pair. Und gewinnen auch dieses Turnier. Also wie ihr seht, hängt auch einiges von Glück ab. So, dementsprechend will ich jetzt unsere Excel-Tabelle mal eben ausfüllen. Und, ähm, ja, wir haben 6 Turniere mit 25 Cent Einsatz. Und, äh, gewinnen bei, ich glaube, Spiel 4, 5 und 6 jeweils 50 Cent. Und, äh, wie ihr seht, passt auch meine Formel hier noch nicht, weil ich die, äh, Tabelle nur ergänzt habe. Mache ich das mal eben. Und, ähm, wir landen wieder bei 25 Dollar. Und das, ich hoffe, euch hat der erste Part von Spin4Win gefallen. Und, äh, ja, auf einen nächsten Part und darauf, dass euch die Serie gefallen wird. Bitte schaltet beim nächsten Mal wieder ein und hinterlasst eure Kommentare da. Ich, äh, freue mich, dass ihr diese Serie geguckt habt und sage dann bis zum nächsten Mal bei Spin4Win. und dann bis zum nächsten Mal bei Spin4Win.